wir müssen hier weg so von minasteria dankeschön für fünf monate und wir kommen zu borden warte halt irgendwas geflackert der ganze loot ja hier wird aber zugeschlagen ok jetzt können wir gehen moin hierdurch ich weiß einen ausweg kommt das der ausweg nun los schuld auf schneller man ach du scheiße deine leute der rest von ihnen was glaubst du warum ich euch fragen muss hier lang warum jetzt wir waren ruhig wir wollten die stadt verlassen aber sie brauchen schuldige sie wollten uns provozieren sie haben es wohl geschafft wir mussten uns verteidigen du kommst klar ne bitte sschuldigung ich musste erst mal ein paar sagen gucken ah ok hey es geht come on baby give daddy some lovin what does the fox say yov jov 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 moment soldaten da geht's raus die tür unter der brücke keine besonders schönen aussichten klar es ist zwar nicht deine art aber wir könnten um sie herumschleichen mal sehen wie es läuft lasst uns gehen umschleichen klingt gut wir müssen zu dieser tür ok 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 dwayne sind dankeschön für 54 und schöne grüße an die frau des hauses ich habe rumschleichen ging gar nicht gut ja 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 mach echt dick was ist denn ja ja mädels oh shit kポmer ja jesil mädels was ist denn jetzt hier Oh, fuck! Das war nicht der Plan. Okay, jetzt. Pass auf, von hinten. Au! Au! Ey! Oh Gott, oh Gott. Jetzt sind wir gleich da. Ist hier denn irgendwas zum Aufheben oder so? Ah, Boys, euch haben sie auch alles abgenommen, ne? Keiner hat hier irgendwas mit. Was ist das für ein... Was ist das hier für eine Apokalypse, wenn niemand was mithält? Ach, na klar. Ich war Herr der Situation. Die haben aber Muckis, du. Alles im Gamma, ja. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Moonwalker, ich grüße dich, hallo. Wir sind jetzt auch gleich da. Bei Gapottens, Moinsen. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Ich hab den Last of Us schon mehrere Male gespielt. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Ich hab den Moin. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Du Muckab den Cheater. Joel, hilf mir mal eben. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von dir! Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Na klar. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Am Rathaus. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe. Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hört zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß wahre, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Äh, Dimka, ja, ich denke schon. Jetzt gehen wir mit ihm. Halt dich an. Und du? Komm her. Gehen wir. Okay. Dann. Los. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Komm her, Baby, gib Daddy some lovin'. Hallöle, die sieh, wow. Hey, Volk, danke schön für 50. Ich nix weiter waren, ne? Hier runter. Los, mach ihn. Ja, doch. Jetzt aber schnell. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ich glaube, wir nehmen einfach diese Tonne und bringen sie von hier nach da. Da haben wir ein Kind, Boss, den Ägst, weil ich da hochkomme. Herr Thomas, schmuggelt ihr Sachen durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? Zwölf? Sie kannte meine Mutter und sie kümmert sich um mich und ich bin 14, auch wenn das absolut nicht richtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Hier ist es. Nein. Sorry, Leute. Den Dialog unterbrochen. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Ist sehr gut, Entschuldigung, Chad. Mann! Fehler passiert. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey. Hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marleen? Sie schafft es. Ich hab die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Okay. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marleen wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Na los. Mist. Mist. Zu seiner Zeit, Moonwalker, war sehr gut. Sie meinte, da wäre ein Fireflies, die auseinanderset sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier rausgehen, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Aber ganz dicht. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Das Gameplay ist mittel? Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ich mag ja überlegen, ob man das verlieced wurde. Also jetzt mal wirklich. Ich bin da, dass ich die Klasse. Ich bin da, dass ich die Klasse. Hier geht's lang. Ich bin da, dass ich die Klasse. Sie ist Ramirez aus Sektor 12. Erbitte Abholung von drei Flüchtigen. Verstanden. Sie ist doch mal so, dass sie könnte sich richtig lösen. Verstehe. Es ist genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Schau! Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße! Hier! Oh mein Gott! Hat Malin uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Und das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her! Egal, wie es passiert ist. Es ist drei Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in zwei Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist drei Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Aber schnell! Oh, Scheiße! Weiß nicht, ohnehin. Nee, nacht. Schnell! Lauf! Bleib von dem Licht weg. Mit mir redet sie gar nicht mehr. Ist nicht mehr Joel. Ich seh sie, ich seh sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind sie wirklich hier langgekommen? Da unten bleiben, sonst sehen sie dich. Da los, Männer. Ich bleib von Joel. Ich bin aus. Los! What? Ay, ay, ay. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Das war jetzt absolut nicht der Plan. Das war 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 nicht der Plan. Mach es her! Wir können hier durch Oder wir gehen einfach durchs Fenster Viel Spaß, der andere dann Oh Mist, noch eine Pappfolie Los, geht in Deckung Es sind so viele hier draußen Wie sollen wir da vorbeikommen? Wir sehen uns noch nicht Gehen wir aus und rum Wie geht's aus? Wir sind zubile Test Oh Mann Oh Mist Sie sind hier bei uns Okay Da sind mehr Lichter Mist Ah, dann bei ihm Ah, dann bei ihm Ah, dann bei ihm Ich bin der Deckel, die Kierrasse. Ladies Oh shit Das war jetzt nicht geplant mit auf dem Kühlschrank, okay? Ähm Das Ding ist halt, ich kann den oben nicht, äh Oh Mist, sie sind hier bei uns Versuch sie abzulenken Okay Hast du Kuchen immer? Der ist ja super dünn Dankeschön Der dünnste Kuchen der Welt Da sind mehr Lichter Mist Oh no Ich glaube wir haben es geschafft Oder? Yes So Moin Tess, hast du eine Ahnung wo lang? Nicht so anders Wollt mal Mal sehen wo es hinführt Ja Wir gehen einfach mal in so ein Rohr rein Ja Ja Sieht gut aus Bleib hier Ja Perfekt Wenigstens regnet es hier nicht Nein Die